Fuck, ich bin auf der falschen Seite. Du kannst mir joinen, du kannst mir joinen. Ne, obwohl, ne, ich try eine gute Runde mit Anakin. Okay, lassen wir uns in Ruhe dann. Ja, safe. Ich hab kein Offizier genommen, ich hasse mein Leben. Ah, ich bin direkt gestorben. Digga. Sean. Digga, dieser Offizier-Boost. Na, ich bin direkt wieder gestorben. Der tat weh, ey. Scheiße tat der weh. Ehrlich, du denkst doch nicht, dass du das schaffst. Denkst du, wer du bist? Achte auf die Gun-Chips von uns. Ja. Ja. Nein, 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 nein. Ich dachte, er ist tot. Okay, da hab ich jetzt viele geholt. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. 2-8 hab ich jetzt. Wir haben nen Gun-Chip, wir haben nen Gun-Chip. Ja, egal, egal, egal. Ich bin ein Offizier. Und? 2-8, 2-8, 2-8, 2-8, 2-8, 2-8, 2-8. Ah, das kannst du vergessen. Sieht gar keinen Gegner, Mann. Voll. Wow. Es gibt ja richtig viele Punkte, nur da drauf zu schießen. Sogar mit der normalen Waffe. Boah, kennst du diesen Bug, wenn du nicht siehst, wie weit du bist beim Überhitzen, aber du triffst trotzdem richtig? Boah, das ist immer Set. Ja. So, ich bin, äh, Palpatine. Hab ich aber lang überlegt, ehrlich. Ja, jetzt kannst du vergessen, dass ich ein Held werd. Alter. Ich hab 2-3 erst, Mann. Ich hoffe, dass der eine nur auf Ding geht, auf Objective. Ja, vielleicht hast du ja Glück. Oh, den hab ich echt gekillt. Germany's Best Eleven. Der hat auch, äh, G, ähm, äh, Ding. Wie heißt der? Äh... Äh, GA Otaku. Ja, den, äh, haben Revan und ich heute Mittag schon getroffen. Das heißt, ich spiele auch den ganzen Tag, GA. Den könntest du sogar bannen, gell? Echt? Es ist dein Clan. Du bist der Besitzer davon. Stimmt. Und er hat deinen Clan-Tag. Aber er hat's vor dem Namen. Das ist, äh, nüchtig. Ja und? Junge. Mach doch hier... Was machst du denn, du Heavy? Ehrlich? 400 Punkte, bitte. Yoda haben wir. Mein Teammate ist Grievous, ne? Ich bin, wie gesagt... Ich weiß. Der hat mich zweimal geholt schon. Hm. Gleich dreimal. Ja, Decker. Mann, wie oft will ich denn jetzt noch sterben? Ich kann dir nur sagen, ich versuche deine Konkurrenten zu holen. Danke. Nein, das bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Danke. Der Yoda ist übrigens Half-Life. Aber bist du Held? Ich bin Held, ja. Wenn ich nicht komplett rein schreiß mit Anakin, kannst du vielleicht... Ich lass dich. Da bist du. Ja, solange du nicht mit Kettenblitz irgendwie triffst, ist... Ja, Kettenblitz kann ab und zu... Ja, ich schieße mir schon klar. Fuck, ich glaube, ich bin... Boah, wie viel Damage gesehen. Bin ich ein bisschen... Verschätzt. Ja, dieser Scare, ciao, Junge, Dicke. Was bist du hier vorne? Pass auf, ich mach gleich meine Aura an, aber du bist hier, wenn du es gut. Ich bin tot. Denkste? Ich hab 125 Leben wegen diesem Scare-Joe, Alter. Ah, ist der drin? Ah, Scare-Joe, ach der. Ja, weil mit seinem Superkampf-Druiden und seinem Schnellfeuer auf dem Feuer... Oh! Ja... Bist du das? Ne, das ist Yoda, okay. Hau ab, Yoda. Lass es einfach. Du hast beiden hingefallen. Ich hab sechs Kills. Ich hab 24 schon, ne? Ja, sag ich doch, das wird ne geile Runde für dich. Ne, der Yoda! Ich bin... Oh, der darf mich nicht treffen. Das ganze Chip darf mich auch nicht treffen. Oh nein, ich bin stuck! Knapp, 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 knapp. Hau ab! Lass mich. Duer Soldat. Christus im Himmel. Was verfolgst du mich denn? Ehrlich? Das ist dein Verderben. Ja, ich hab ihn gekillt jetzt. Selbst schuld. Ich bin hinter dir, Vorsicht. Ja, okay. Nein, das geht, Joe. Ganz dumm, ganz, ganz dumm. Was bist du? Wieso, ich seh dich da nicht, Kollege? Ja, Gryvers will mit mir fighten. Ja. Ich lass dich in Ruhe. Ich lass dich in Ruhe, Gryvers, wenn du mich in Ruhe lässt, Mann. Ja. Ich geb dir sonst ne Respekt, Joe. Ich hab gleich meine Vergeltung. Das würde wehtun. Das würde auch für dich wehtun. Wenn ich dich aufs Wind mit reinziehe. Alter. Ja, wenn ich dich, wenn ich dich mit erwisch, dann kann ich nichts dafür. Das stimmt. Ich versuch's zu vermeiden. Das hoffe ich. Geil, er ist tot. Das ist geil. Fuck, das ist ein überladendes Wachgeschütz, das möchte ich nicht. Das tut Pablet ihnen dann doch ein bisschen weh. Ich versuch's zumindest 30 in der Phase zu schaffen, Mann. Ich hab schon 45 Eliminierungen, ne? Ja, pass auf, das hatte ich Feuer auf und jetzt kommt noch ein Solo. Ja, ne, das Gunship macht aber die ganze Zeit schon ein bisschen Auge. Jetzt kommt noch ein Solo, also ehrlich. Das war schon... Ja, ich wurde... Das hat mir so weh getan, eben, ehrlich. Ich hätte dir das richtig gegönnt, war's zuerst. War ich, wie kurz ich davor war, einfach zu lieben. Ja, glaub ich. Glaub ich. Oh, mich verfolgt ein Kylo. Lass das. Welches Level bist du? 67. Du brauchst echt gegen den Max Anakin. Ja. Manche denken, sie wären echt besser als... Ich unterschätze manchmal echt Leute. Ja. Vielleicht denkt der auch, du bist der andere Held, weiß ich nicht. Hinter mir ist Obi-Wan. Hau ab. Respekt Chella ist das hier, Obi-Wan. Ja, mach deinen Angriff auf mich, ehrlich. Du hast ordentlich gefressen, Obi-Wan. Ich weiß nicht, ob du das wirklich willst. Ich... Ich fahr mir halt die ganze Zeit frisch gespawmten ab. Digga, du hast 51 Kills schon, holy shit. Ja. Und Obi-Wan ist jetzt tot. Ich hab dich gewarnt, Obi-Wan. Ist auf Stream. Warum sind hier alle gebufft? War der hier? Hä? Ach, das warst geschützt wahrscheinlich. Ich bekomm dir kein... Ich bekomm dir kein... Kein Damage mehr. Boah, weißt du was... Weißt du was gottlos wär? Hm. Du könntest mir mal ne Vergeltung bringen. Dick, ja. Ich brauch echt nicht mehr viel, ne? Ja, aber ich bin ganz vorne an der Front, also weiß ich nicht. Panzer! Ja, da ist ja deine Vergeltung. Pass jetzt auf, ich bin da jetzt auch, ne? Ja, da ist auch ein Vader. Ne, Kylo ist das, glaube ich. Kylo, ja. Erste Phase 59. 25. Ja. Warum ich will die 60 haben? Ah, scheiße. Oder ist hier vorne noch einer? Kann ich hier noch einen abfarmen? Ja, geil. Ich hab eine Vergeltung. Dumm Wichser. Ich bleib richtig hart von hier entfernt, ne? Vorsicht, Layer! Wir haben Vorsicht beim Layer. Layer, klar. Gehst du rechts oder links von dir? Ich bin grad links. Okay. Ich hab einen bekommen mit meiner Vergeltung, weil ich dachte ich hab Kylo drinnen. Das war ein Kenntnis. Ich hoffe, das klappt jetzt, dass wir uns nicht irgendwie gegenseitig nerven. AP ist dich doch Kylo, Digga bist du. Digga stehen da viele. 65. Äh, wenn ich nicht sterbe, oh Gott, da bist du, da hau ich ab. Überlaut das Wachgeschütz. Ich bin tot, Diggaweih wieder. Scare Joan, er body shootet. Ja, deine Mutter ist fett. Wow. Aber warum? Bayern spaßt es, Mann. Ehrlich? Wir haben schon wieder Yoda. Das ist... Geht zu schnell hier durch. Geht zu schnell geht das hier durch. Hallo. Oh, sorry. Ich bin normaler Droppler, stört mich nicht. Ich nehm bisschen Sprung, Droppler. Aber bitte nicht auf mich. Bitte, ich flehe dich an. Kein Stress. Gut. Ich werd mich irgendwo verstecken. Oh Gott, da ist die Layer. Oh Gott, die hat die 11 an. Oh Gott. Wo komm ich denn dann nochmal hoch? So gut. Weißt du, erstmal die Thermaltidonatoren. Junge, die Layer ist jetzt tot. Oh, ist das bodenlos. Oh, ist das bodenlos. Mit der Layer, oder was? Nee, Alter, wenn du wüsstest, wo ich hocke. Sag nicht an so nem Fenster oben. Nein. Na, Sas. Ah, Luke, Luke, Luke. Hau ab. Das war ein schöner Gettenblitz. 3. Ja, und Scarejob, ah, die shootet mich wieder. Alter, wo bin ich denn hingeflogen? Christus im Himmel. In this game ist echt Toxic Front-Heist, Mann. Ist ja nicht mehr normal. Ist ja nicht mehr normal. Ist es... Na, Yoda-Slow. Sag ich dir. Ah, Obi-Wan. Tschüss, Obi-Wan. Sir Itachi. Digger, BB-9E, Alter. Du weißt nicht grad, wie ich gestorben bin. Wie denn? BB-9E hat mich gegen so ein Steingeländer geworfen, und ich unterstand einfach besiegt. Bin einfach sucht. Digger. 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 Das tut weh. Ich bin nicht mit der BB-9E gestorben, sondern durch die Steinmauer. Ja. Ja, danke für den Party-Schuh. Wieder. Internetprobleme, aber scheint zu gehen. Nein, 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 ich hab's nicht holen. Weg da. Zum Glück keinen Damage bekommen. 85. Lass mich in Ruhe erinnern. Du willst nicht pullen. Tschüss, Luke. Hast mal, Digger. Was zum Fick. Was seh ich denn da? Ah, Leute, das bist du, sorry. Ah, ist gut. Ich muss aber auf dich blitzen, ich brauch die Kills. Ich hab noch nicht mal 50 Kills. Ich will nicht zu sehr rein. Ich will nicht zu sehr rein, dafür ist mir meine Kills zu heilig. Wie viele da stehen, Mann. Von euch aber auch. Mann, dein scheiß Kettenblitz hat mich erwischt. Echt? Scheiße. Immer noch. Ich bin normaler Torwart, mich stört das. Ja, gut. Wenn wir BB-8 haben. Ah, der Kettenblitz war aber bodenlos. Der war bodenlos. Hab ich mal Damage gemacht. 93. Okay, ganz. Ach, 7. Also, ich muss locker spielen, dass ich jetzt noch nicht sterbe. Vorsicht mit BB-8, ne? Oh. Das muss nicht sein, ehrlich. Okay, damit. Ich will noch Kills machen, hallo. Versteh ich. Hallo, Obi-Wan. Ja, komm her doch mal. Tschüss, Obi-Wan. Danke. Ich hab 170 Leben, das war ein Fehler von mir. 97. Oh mein Gott, die sind alle gebufft da oben. Habt ihr einen Finn? Nö. Ah ne, Yoda wahrscheinlich. Sticker! Ich bin BB-8, ja. Ah ne, das ist ein Raider. Ah ne, ich hab nur einen Punkt gesehen auf der Map. Sir Itachi, Big. Oh nein, da will ich nicht hoch. Nicht mit dem Laden. Hallo. Ah, hallo. Kettenpitz, ist das okay? Ich lass dich da mal machen mit dem anderen mal. Decker. Oh, wie viel schluckst du denn? Oh Gott, 200 D hat jemanden verloren. ich wollte darüber springen das war ja peinlich ich hatte so glück ich kann da gab ein kabel die verlängerung können gern weitergehen alter das wäre ja wirklich rein ich hätte gerne 100 plus normal du hast nur 100 plus du idiot ich hätte mal gerne eine hohe killstreak weißt du nicht eliminierungen killstreak die ist noch nicht so bin ich dir auch hier steht im bosch und fast fast immer noch dass die nicht stirbt und warum dann auch fast mal auf naboo schon komisch kabel in der luft alter das ist ja bodenlos ich hab damit eingeholt ich bin tot ja er hat die extra für mich gemacht ich schwöre er hat mich direkt ja ich hab beim team noch mal aber also der gar hat die so für mich aufgespart er hat die gemacht mich direkt gepult war sofort also kist wie kann ich vergessen jetzt geht es eben nur noch um nackte eliminieren du kannst froh sein du wärst schneller tot gewesen ich hätte meine kabelieb extra für dich ausgemacht ja danke aber das ist schon ärgerlich ehrlich hat bene nicht auch battlefront 1 ne also nicht aktiv ich kann schon wieder in der fasma oh fuck jesus hallo bene hallo fang grad nicht bist du im stream dabei ach das bist du egal das ist bodenlos sage ich dir ehrlich fünfte mal heute naboo fünfte mal 100 plus ne das stimmt nicht haben wir schon den neun stimmt alles gute zum geburtstag danke schön 118 der killstreak battlefront sagt mir auch alles gut also nicht killstreak aber 118 eliminieren dankeschön ich hab dich zu spät gesehen alles gut alles gut ich kam auch nicht weg ja du joinst rein und setzt meine fähigkeiten noch schnell zurück damit hier noch 150 entsteht das ist voll leicht weg da weg da weg da weg da weg da ich komme nicht weg ja das stimmt ok verlängerung bitte nein schon wieder in der retribution vom mannequin oh aber diesmal bin ich hier runtergepustet aber du bist nicht gestorben naja gerade so oh da bist du ich lass dich ich der luke hat mich runtergepusht also ich also mich hat es also die tatooine runde wo ihr relativ rasiert habt fand ich jetzt eigentlich nicht schlimm mich hat es halt nur ein bisschen gestört dass wir eigentlich immer splittet waren das war unser fehler oh ich gehe da rein so over time aber sonst hat es mich nicht gestört ich fand es halt ein bisschen unnütig dass dann Steven gerage quittet ist ich jesus also mir ist auf jeden fall spaß gemacht sorry kein schoss nein das trifft ja oh was ein kettenblitz der war schön luke skywalker lass mich in ruhe ich habe auch gar nicht noch eine 100 plus alter ja lassen sie mich in ruhe luke skywalker hau ab selbst schuld ich habe 40 kills mit bw8 bro dicker ich muss hier weg 134 habe ich ne nein geht da rein 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 ja sind drin du musst wissen die tatschis im gegner team du musst wissen die tatschis im gegner team ja ja weil das dann gut ist auch ja nein ich bin im bergelgriff du musst doch rein schnell ja schon wieder ne phasma achtung kettenblitz äh familie kommt hierher alle zusammen ich geh rein in die over time ich geh wieder raus ich geh wieder rein wieder raus ich geh wieder rein nein nein ich bin gepult ich komm nicht rein ich komm nicht rein ich bin drin ich hab sogar noch ne 100 plus was bitteschön 152 diga scheiße also wenn es weiterhin so geht dann können wir so ne 200 erschaffen oh mit velvet oh nein der luke kippt mich ich werd glaube sterben jetzt ich bin der vergeltung schon wieder da muss einer rein bitte 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 nein oh 154 ich bin 154 das ist mein geburtstagsgeschenk ja das ding ist jetzt ärgere ich mich wieder sag mal bene hätte ich bosk nehmen sollen denkst du dann wäre mehr drin gewesen oder denkst du mit palpatine 154 das ist schon heftig ja ja ich hatte eben ne grievous runde übrigens ne tschüss das war's mit der aufnahme ich hatte eben ne grievous runde die war auch richtig gut tschau tschau